Hallo, mein Name ist Ilona Mouro. Ich bin Songtexterin in ganz unterschiedlichen Genres, zum Beispiel Schlager, da schreibe ich für Melanie Peier, Nathalie Holzner oder den Fernando Express. Und ich gebe auch Workshops und Coachings zum Thema Songtexten, zum Beispiel für die GEMA. Thomas Foster hat mich interviewt für seinen Podcast und mir Fragen gestellt zu Trends bei Songtexten, warum Reime wichtig sind. Hört ihn euch an. Ihr findet den Podcast unter Thomas Foster Musikproduktion auf allen gängigen Portalen. Ich freue mich.